Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, ich freue mich ganz herzlich zu einem neuen Video, einem neuen YouTube-Klassiker auf meinem Kanal. Heute gibt es die zwölfte Folge und weil es die zwölfte Folge ist, ein Dutzend, dachte ich mir, mache ich einen Schoki-Spezial. Und dann legen wir auch direkt los. L.I.N. möchte gerne wissen, how do you Dreh Werbung für Schoki? Ihr könnt Schokolade im Sitzen essen. Ihr könnt Schokolade auf dem Kopf essen. Ihr könnt Schokolade essen, während ihr in der Badewanne bequem bliebt. Ihr könnt Schokolade im Sitzen essen. Ihr könnt einfach immer Schoki essen. Kauft euch Schoki. Felina789A möchte gerne wissen, how do Schoki aufmachen? Das war's. Unterstrich ohne Banane. Möchtet ihr gerne wissen, how do become a rapper? Äh, rapper. Yeah. Aha, come on. Ich bin Janus Diary. Ich finde meine Schokini. Haha, das war's. Nicht Spaß. Das war's noch nicht. Haha, ich suche sie fast überall und finde sie auf jeden Fall. Yum, 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 yum. Okay. Haha. Ich liebe Schoki. Schoki liebt mich. Ich liebe Schoki. Ihr liebt Schoki. Wuhu. Das war's. Jillian Woods möchte gerne von mir wissen, how to be a Nashorn. Wie ihr ein Nashorn werdet, das macht ihr ganz einfach, indem ihr einfach total verpuzzeltes Käserfilm erstmal wegtut und dann nehmt ihr euch einen Riegel. Dann macht ihr das so, dass das so, na, das muss. Äh, ne. Aber weil wir ein, äh, Diagonales sind, ja. Haha, das war's. Asude Kaya möchte gerne von mir wissen, how to Tannenbaum schmücken. Haha. Oh, nein, das ist kein Tannenbaum, das ist ein Kratzbaum. Aber auch den möchte ich dekorieren. Das war's. Luisa, oh na, ich möchte gerne wissen, how to be Lieblingskind. Mama? Ja? Ich hab dir Schoki mitgebracht. Du bist meine Lieblingsdochter. Alpha Heartless ist scheinbar oft Dingen ausgesetzt, wo man, äh, Aufmerksamkeit vermeiden muss. Deswegen möchte er gerne von mir wissen, how to vermeide, äh, Aufmerksamkeit vermeiden. Willst du Aufmerksamkeit oder was? Ne. Maliniki Kiki möchte gerne von mir wissen, how to, äh, how to say. Das war's. Au. Das war's. Hallo. Das war's ja schon mit dem Video. Ähm, ich würde mal sagen, wenn ihr noch mehr YouTube-Klassiker wieder sehen möchtet von mir, dann lasst es mich in den Kommentarchen wissen. Hinterlasst doch ein nettes Kommentarchen, äh, in dem wir ein bisschen kommunizieren können. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch eine positive Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Okay, ich. Echte. Oder echt? Oh, das ist echt hübsch so. Boah, das riecht voll verkokelt. Ja, das ist schon verkokelt. How to be Adele. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over everything. Hello, from the other side. Hi. Hi.